So, da bin ich auch schon wieder. Und, äh, genau, dann geht's jetzt weiter. So, wir wollten jetzt zum Obi. Und mit dem mal ein bisschen Karten spielen. So, hallo, Obi. Na, das geht. Was, äh, du willst mit mir spielen? Ja. Was, zuerst speichern? Was, was? Ah, okay, warte mal. Wir wollen noch nicht spielen, wir wollen erst mal speichern. Ey, ich wollte gerade reinfahren. Ah, Mann, ey, der Typ ist ja wieder da. Der war eben gerade nicht mehr da. Okay. Gut, dann speichern wir zuerst. Hier oben war ja ein Speicherpunkt. Dann machen wir das zuerst. Da, 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 da. Da, da, da. Okay. Ja, dachte ich mir schon. Kann ja hier ranlaufen. So. Ja, wir wollen mal Karten spielen. Ja, der Punkt ist oben. Oder, oder warum soll ich jetzt speichern? Ach so, wir, ah, ja, klar, weil wir sind alle Karten verdienen könnten. Na klar. Na klar. Na klar. Das soll ja natürlich nicht der Fall sein. Aber das kann so ein bisschen unser Gewinner-Team, kann das sein? Die beiden Karten so? Obwohl, warte mal, hatten wir nicht auch so ein... Der hat ja auch eine Siebene. Der hat noch den Gremtel, ist der nicht auch gut? Naja, nee, irgendwie nicht. Okay. Wenn ich mir die Taktik jetzt gemerkt hab. Gehen irgendwie alle immer... Aber... Wäre das nicht hier jetzt sinnvoll eigentlich, den hier unten hinzulegen? Weil der halt eine Eins hat. Und wenn wir den jetzt rechts neben den legen, dann kriegen wir den ja nicht. Oder soll man da trotzdem einfach bleiben? Also hier unten hinlegen. Also, ne? Habe ich jetzt richtig verstanden? Die Antwort. Gerade kurz? Gegen den Delay? Ah ja, okay. Gut, dann, bam. Oh, oha. Ah, fuck it. Der hat uns ja jetzt... Okay. Oh. Was machen wir dann jetzt? Ähm. Oh. Hätte ich den mal doch oben hingelegt. Damn. Obwohl, der hätte uns trotzdem gekriegt. Ist also egal. Gott. Wir müssten jetzt Ifrit... Warte mal. Kann der Ifrit erobern? Nee, kann er nicht. Wir könnten jetzt Ifrit... Entweder... Unten macht am meisten Sinn. Ifrit unten hinzulegen, damit der uns den nicht klaut. Hm. Hm, ja. Okay. Ja, gut. Ist jetzt gerade... Hat er möglich? Ich würde ihn mal hier hinlegen. Na gut. Ich befürchte, damit... Gewinnen wir leider auch nicht. Okay. Na gut, wir versuchen es nochmal. Okay, wir versuchen es mal nochmal. Ja? Okay. Da, da, da. Hm. Okay. Ja, okay. Gut. Ich wurde immer zuletzt. Ich habe verstanden. Na gut, das haben sich aber auch leider nicht viel gebracht. Ach, der ist halt... Nee, der ist nicht schlecht. Der, der ist nicht schlecht. Okay, wir probieren es nochmal. Aha. Das ist natürlich jetzt clever von ihm. Hm. Komm mal. Okay. Hm, holen Sie sich natürlich wieder. Warte mal, ich gucke mal. Mobile-Karten. Ja. Jetzt möchte ich gerade gerne Tom Barry haben, sehe ich gerade. Okay. Äh, warte mal. Ich gucke mal eben ganz kurz. Wenn ich jetzt Ifrit da rechts hinlege, dann kann ich den von ihm kriegen. Den da links. Was kann er machen? Er kann sich den unten wiederholen, aber nicht den da oben. Ich werde es mal riskieren. Ifrit unten in die Mitte? Gehe natürlich auch. Okay. Okay. Okay, cool. Ja. Ja. Oh Gott, geil. Wir haben Tom Barry. Ist das cool. Ja. Oh, eine neue. Noch eine neue. Wow, krass. Oh mein Gott, wir haben so viele neue. Wie geil ist das bitte? Was? Das muss ich jetzt gerade eben ganz kurz speichern. Oh, das ist cool. Oh Gott, wie cool. Wir haben so viele coole Karten bekommen. Wie nice das einfach ist. Krass, ey. Cool, das versuchen wir gleich nochmal. Ich glaube, dieses Spiel wird sich nur deswegen genauso lange wie FF9 hinziehen, weil ich viel Karten spielen werde. Ah. Ja, vielen, vielen Dank. Vielen Dank für die Tipps, Alter. Das hilft voll, ne? Weil ich bin das, in dem Karten-Spiel bin ich halt echt nicht so gut. Aber vielen, vielen Dank. Das ist voll, 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 voll die geilen Tipps. Ganz ehrlich. Das ist voll hilfreich. Okay, machen wir gerne, machen wir nochmal die? Oder? Ich glaube, eigentlich schon war es. Das sind halt echt unsere Besten so ein bisschen mit, ne? Aber halte, warte, 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 warte. 76, der hat auch 76. Nur halt in die andere Richtung. Ich nehme mal den einmal rein. Warte. Warte mal, warte mal. Oh, ich möchte Kaktor. Ich möchte Kaktor, bitte. Mieps. Ich hätte gerne Kaktor. Auch damit. So cool. Auf. Alter, was ist denn bei ihm? Warte mal, der hat 5 und 6. Der kann uns also nicht wieder erobern. Das heißt... Na gut. Aber ja, unentschieden. Damn it. Gut, nochmal. Oh, er folgt den Kaktor. Mhm. Okay, den kriegen wir natürlich jetzt nicht. Na gut. Warte mal, er hat oben ne 7. Er wird uns also definitiv erobern jetzt, mit dem komischen Wurm da. Er wird uns definitiv jetzt erobern. Warte mal. Ähm... Er wird ihn nach unten legen. Er wird ihn nach unten legen. Äh, ja. Richtig. Aber den müssen wir jetzt erstmal irgendwie gewinnen. Das ist jetzt gerade... Ich könnte aber... Warte mal. Er wird uns aber auch mit der Karte über... Er wird uns... Ah. Warte, 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 warte. Mal gucken. Wenn er den aber unterlegt, könnte ich Ifrit nach unten den legen. Oh, mit da oben. Na gut, machen wir mal. Er wird uns jetzt erobern. Ja, oh. Äh, äh. Oh, okay. Dann... Würde ich den hier hinlegen. Und kriegt er nämlich... Holer nämlich den. Das war jetzt angriffmäßig. Mitte links. Okay. Das dachte ich mir nämlich... Ach, damn it. Hätte ich mal den Ifrit dahin gelegt. Ach, damn. Na gut, egal. Aber wir können den Bomber da unten reinhauen. Hier. Oh, Korte gewonnen. Ja! Doch ein Tonberry. Hä, cool. Die ist neu. Die ist auch neu. Die auch. Und die auch. Cool. Oh, so viele neue Karten. Wie krass. Ja, richtig. Gut. Aber auch wieder mit deiner Hilfe. Vielen Dank. Ich bin allein im Karten. Ich bin echt voll die Niete. Na gut, egal. Hä, so cool. Hä? So viele Karten. Wie krass, Mann. Wie krass. Ähm. Wo ist er noch, Mann? Wir haben ja eh vorher abgespeichert. Unser Gewinner-Team. So ein bisschen. Eins, zwei, drei. Den hier. Und die Frit. Moment. Es wird bestimmt... Es werden noch bessere Karten kommen. Mal gucken. Was wird er machen? Aha. Ähm. Ja. 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 Genau. Wollen wir mal so weit links wie möglich. Das ziehe ich jetzt auf jeden Fall durch. Boah, ich spiele eine neue Karte. Noch eine. Alter, ich habe so viele neue Karten. Ich muss mich aber erstmal abspeichern. Jetzt haben wir wieder viele neue Karten gekriegt dazu. Das ist was echt cooles. Krass, Mann. Einmal spiele ich jetzt noch Dinge in Obi. Und dann gehe ich mal nochmal zu den Schülern in der Bibel. Achso. Sorry. Ich habe... Ja, du arbeitest... Ist richtig. Du arbeitest da. Das ist auch voll cool. So. 기 van, du er vorst. Ich habe... Das ist auch voll billig. Ok. Und gleich. Äh, äh. Warte, aber ich kann ihn setzen. Ja, wir haben Kaktor. Ja, wir haben eine Kaktor-Karte. Wie cool. Was ist das? Chimera-Karte, okay. Hä? Der kleine Junge in der Haupthalle. Oh, der Morgikit, cool. Okay, cool. Drei neue Karten schon wieder. Alter, ist das heftig. Das ist so heftig. Okay, nice. Dann suchen wir uns gleich... Da, warte, oh, Kacke, da ist er gerade. Ah, ich will das speichern. Es tut mir leid. Herzengel, nice. Was, wie cool. Da haben wir halt nur eine von. Ah, wir haben schon so viele Karten, was das irgendwie doch schon zu Beginn des Spiels. Krass, okay. Das ist ziemlich geil, ehrlich gesagt. Okay, gut. Wir müssen einen kleinen komischen Jungen wieder finden. Dann müsste er eigentlich gar nicht wieder auftauchen. Läuft der hier auch lang? Oder läuft der nur unten lang? Warte, wir können auch einfach nochmal zurücklaufen. Dann müsste er uns ja entgegenkommen. Das ist er. Wie wär's mit nem Kartenmatch? Yo, let's go. Ja, wir haben kein Tor. Ja, wir haben kein Tor. Oh, die hat 7, 6 Oven. Bleiben wir mal mal dabei. Na gut, der hat jetzt gerade keine Morikid-Karte. Aber der hat nochmal so einen komischen Abyss-Worm da. Alter, hör auf, damit ist so cool. Das fand ich cool. Ich befürchte aber gewinnen. Nein! Ich glaube, wir werden verlieren. Habe ich so im Gefühl. Oder doch. Oder? Wo? Wo? Ah, puh. Schwein gehabt. Wuh, wuh. Okay. So, jetzt haben wir die 2 mal cool. Gut, die hatten wir alle schon. So, Alter, na? Okay. Hallo, Duhl! Alter, hier möchte ich gerade nicht spielen. Hau auf, abzuhauen. So. 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 Oh, die war neu. Die war auch neu. Cool. Auf jeden Fall wieder ein paar neue. So. Gucken wir uns nochmal gegen den. Setz das ja jetzt mal ein. Dann bin ich jetzt 2 mal besiegt. Komm. Du willst mich doch jetzt schlagen. Da musst du doch jetzt einfach mal auch eine coole Karte einsetzen. Nö, leider nicht. Sonst gehen wir erstmal in die Bibo. Gucken wir mal da. Verdammt, das ist natürlich clever von ihm. Ah! Okay. Na gut. Gut. Okay, dann haben wir zumindest auf diese Weise ganz viele Karten. Das stimmt. Die wir dann später mal irgendwie umwandeln können in irgendwas Schönes. Das stimmt natürlich. Quistis? Aber kriegt man Quistis nicht von... Ne, halt. Von Asset kriegt man Idee. Hallo? Bibi. Hä? Wo ist denn der komische Junge? Ist der schon vorbeigelaufen? Hab ich den jetzt verpasst? Von wem kriegt man hier denn Quistis? Von Kadovaki? Okay. Gut. Dann nochmal raus und nochmal rein. Der zu oft gespawnt war. Also kommt jetzt raus, dass es in Belem war. Hä, Eva? Hä? Mach mal einfach mal schnell. Was lauert ihr? Ich bin dafür. Wofür? Okay. Okay. Gut, dann rennen wir eben nach. Achso. Ich war ja aber links raus in der Hauptthalle und da kam er irgendwie zweimal gar nicht mehr. Gut, das habe ich dann falsch... Verstanden. Alles cool. Ich bin noch nicht ganz rausgelaufen. Ich laufe wieder zurück. Aber ich bin ja eben schon links, äh, rausgelaufen und wieder rein. Aber irgendwie... Keine Ahnung. War jetzt zweimal einfach nicht aufgetaucht. Nee, der kommt einfach nicht mehr. Bestimmt ein Park jetzt, weil ich zu oft gegen ihn gespielt habe. Der kommt einfach nicht mehr. Okay, dann speichern wir erst mal ab. Warte. Habe ich doch aber vorhin auch unter Kammer ja... Äh, äh, zu verarschen? Jetzt kam er gerade? Wurde ich rausrennen? Ist das dein Ernst? Hallo? Komm mal. Alter. Komm. Komm. Oh Mann. Der kommt schon wieder nicht, ey. Ja, ja, wir laufen drumherum. Wenn ich hier rausrenne, dann kommt er wieder rein. Ich sag's dir. Höh! Nyehyehyeh! Juh! Der Typ einfach... Blöde, der hat da gewartet. Der hat da einfach gewartet, bis wir nicht aufpassen. Der hat einfach gewartet. Ja. Ja. So. Ey! Nicht cool. Nüüüüüüüüich cool. Oh nein, jetzt holt er sich hier wieder. Damn. Oh shit, da habe ich jetzt hier aufgepasst. Nein, 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 nein. Ich bin ja... Scheiße. Guter Hast. Das habe ich jetzt voll verpeilt. Na, Alter. Komm. Los, komm. Ich weiß nicht. Ich bin ganz lieb. Wir warten jetzt hier. Der kohle Typ, der am Mülleimer wartet. Los, komm. Deiner dörter Junge. Alter. Alter, voll schnell. Hä? Wo denn? Oh, sie haben schon so viele Karten. Oh, da ist sie. Da ist sie. Oh, haben wir, haben wir, haben wir. Oh, ich will den haben. Los, der ist süß. Der ist so süß. Ein fetter Mogri. Er ist irgendwie süß. Gott, oh Gott. Kann man das echt gewinnen? Shit. Doch, irgendwie, ja. Oh mein Gott, wirklich? Oh, wir haben jetzt die Mogrikate. Wie geil ist das bitte? Ne, unentschieden. Shit. Was? Oh man, nein. Ich habe ihn schon wieder verpasst. Schade. Schade. Die Karten waren zu schlecht. Die Karten waren zu schlecht. Die Karten waren zu schlecht. Er hat die Invictus-Karte setzten sollen. Sehr schade. Er hat die Invictus-Karte setzen sollen. Die wäre sinnvoller gewesen. Oh, ich wollte mich dran denken. Ich muss ihn gleich wieder hinterher rennen. Uiuiuiui. Oh, Mann. Willst du mich verarscheln? Ich dachte, er ist jetzt vor uns. Aber wir haben ihn nochmal erwischt. Lass mal nochmal die Mogri ein. Ja. Den werden wir wieder nicht kriegen. Der hat wieder die starken Karten dabei. Oh. Ja, das war nämlich klar. Schnee, der hat Eisgar. Oh, krass. Cool. Warte mal. Er hat da unten auch eine 7. Es macht also keinen Sinn mehr, wenn ich jetzt den anderen Dingen da unten hinsetze. Also würde ich den... Jetzt hätte ich den da hinsetzen sollen vielleicht. Das wäre sinnvoller gewesen. Egal. Ach so. Ähm, ja, wir können Ifrit eigentlich hier hinsetzen, war. Er hat nämlich nur eine 3 da links. Ja! Ja, oh, Marikettkarte. Geil, das ist eine Beschwörung. Deswegen hat es den goldenen Rand. Aber die Beschwörung gab es nur in Japan. Die gab es hier nie. Oh, Marikettkarte. Cool. Oh, die ist auch neu. Geilo. Das gehen wir direkt abspeichern. Das gehen wir direkt abspeichern. Und dann gehen wir ins Individuo. Wie krass. Wie krass einfach. So, jetzt gehen wir in Individuo. War das die Individuo-Dividuo-Dividuo, ne? In die Mensa. Machen wir gleich. Ich möchte es gerne... Erstmal hier. Hier waren nämlich auch welche, die haben coole Karten gehabt. Glaube ich. Das möchte ich wenigstens einfach mal probieren. So, warte. Krass. Aber wir nehmen, glaube ich, lieber wieder Yfrid. Weil wir den eckig setzen können. Ja, der... Oh, krass. Ein Rundum-Drachen. Warte mal. Der wird uns direkt holen gleich, ne? Der wird uns gleich direkt holen. Der hat da eine 7, eine 7, eine 7. Kann sein, dass wir verlieren. Kann jetzt sein, dass wir verlieren. Ähm. Einfach, um zu verhindern, dass er uns jetzt mehr holt. Ah, okay. Dann gehen wir da gleich mal hin. Oh, krass. Äh, ich würde den mal hier hinsetzen. Da hat er auch eine 7. Aber da haben wir nämlich auch eine 7. Da kann er uns nicht erobern. Ähm. Ja. Oh, shit. Das habe ich befürchtet. Aber wir können... Da hat er auch eine 7. Yfrid. Ich würde Yfrid jetzt tatsächlich mal hier reinsetzen. Ach so. Okay. Ich gucke mal gerade. Ähm. Er kann uns aber mit Yfrid... Kann er nicht erobern. Deswegen würde ich jetzt Yfrid mal hier hinlegen. So. Und dann so. Aber wir haben verloren. Na gut, okay. Dann müssen wir jetzt mal neu... Neu, ähm... Ja, ne, da... Nö. Nö. Ich will nicht unsere Yfrid-Karte verlieren. Dann muss ich kurz mal beenden. Und neu starten. Okay. Das möchte ich dann doch nicht. Na gut. Müssen wir kurz neu starten. Und dann laufen wir erstmal die Mensa. Ja, der hat wirklich starke Karten. Ich glaube, das war auch der, gegen den ich vorhin verloren hatte. Zu Beginn. Weil ich mir mal gucken wollte, was der hat. Und war auch schon übelst überrascht, dass der so voll die starken Karten hat. Der hat echt gute Karten. Das ist es halt. So. Ich bin laden. Und auch mal in die Mensa. Warte mal. Das geht schneller. Wir müssen noch nicht hinlaufen. Wir gehen einfach... Hier, warte. So. Mal direkt in bei der Mensa. Ähm... Wie im Hintergrund? Hier sind viele Typen. Hier sind viele Typen. Äh... Welcher soll es sein? Also, im Hintergrund wäre der hier, weil der komplett versteckt ist. Ne, keine Ahnung. Oder der da hinten labert? Oder... Da sitzt irgendwie... Äh... Äh... Die rechts. Warte mal. Hier ist nur eine. Warte mal. Die hier. Der da. Der versteckt ist. Der halbtot da rumliegt. Komme ich an den ran? An den komme ich gar nicht ran, oder? Oder von hier aus vielleicht? Ne. An den komme ich gar nicht ran. Ne. An den komme ich... Ah, da. Den da. Den hier vorne. Den da hinten. Ein Kartenspiel? Äh... Dann... Wollen wir doch mal. Ach, weil der Treefang noch Nummer 1 ist. Deswegen. Ah, ich habe verstanden. Natürlich hat er dann die Quistus-Karte. Das ist natürlich logisch irgendwie. Okay, krass. Na gut. Dann ist es nur eine Bomber. Dann den hier und... Geht. Oh mein Gott, der hat die gar nicht fett mal eingesetzt. Alter, der hat die gleich mal fett eingesetzt. Dies gilt übrigens. Obwohl, das ist keine Beschwörung. Die hatten natürlich schon eine andere Verzierung. Ach, wie krass, ey. Und wir haben Qistus. Oh, krass. Wie krass ist das bitte? Ich glaube, der ist auch mal, oder? Grandualo? Ja. Krass, nice. Unglaublich. Lass uns irgendwann wieder spielen. Nö, jetzt lass mal nicht. Hä, wie krass. Okay. Hä, cool. Das ist unsere erste, ähm... Charakterkarte. Schau mal, die ist hier. Geil. Ja, cool. Unsere erste Charakterkarte. Nice. Und hier haben wir zwei Beschwörer. Beschwörungskarten. Coole Sache. Hä, das ist mega. Echt? Level 5, okay. Wollen wir nochmal gegen den Spielen? Also, ja. Wir haben seit Qistus gerade gewonnen. Komm, ich probiere es nochmal. Alter. Nein, nicht hier vorne. Nee. FC? Ach, Freund von dem Typen FC. 20 L Noir? Okay. Oh, okay. Okay. Wer hat denn da hinten? Wer hat denn da hinten? El Noir? War so als Frage. Hatte der El Noir? Krass, ey. Ich denke, ich könnte aber Qistus uns reinholen, oder? Statt... Ich mache erst mal auch mal ihn. Nee, der hat keine... Aber der hat Bigs und Grätsch, die haben wir auch noch nicht. Da hat gar kein El Noir. Wo kriegen wir denn El Noir her? Da ist ja unten nichts, ne? Das kennt... Ach komm, wir, das kennt's nicht. Hm. Der ist natürlich gut. Na gut. Warte? 5 Karte, jeder, der Level 5 Karten spielt, spielt auch El Noir Karten. Ah, okay. Gut, er hat jetzt aber keine eingesetzt. Aber das... 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 Das gewinnen wir jetzt auch nicht. Das gewinnen wir jetzt... Auch nicht. Nee. Na gut, wir probieren's mal nochmal. Ja, mal gucken, ob du beim nächsten Mal gewinnst, ne? Okay, vielleicht holen wir doch sie rein. Geht in die andere Seite. Cupquist ist noch nicht gespeichert, nein. Müsste das vielleicht mal tun. Wäre sinnvoll. Vorher ich die Karten wieder verliere. Das Ding spiel ich auch grad so extrem defensiv und vorsichtig. Aber der kann unten grad sowieso nicht. Ich werd mal ihn hier hinsetzen. Ah, okay. Können wir ja dann machen. Okay. Na gut. Haben wir aber gewonnen. Oh, der war neu. Neu. Okay. Na gut, dann gehen wir erstmal abspeichern, würde ich sagen. Weil wir jetzt Quiz das ja auch grad neu haben. Apa. Okay. Whoa. Ah, rehabilite. Yeah. ushuk.